Nach dem Angriff mit drei Toten in der niederländischen Stadt Utrecht ist der mutmaßliche Schütze gefasst worden. Der Verdächtige sei festgenommen worden, teilt der Polizeichef von Utrecht mit. Die Polizei hatte mit einem Foto nach dem Mann gefahndet. Der Verdächtige hatte am Vormittag in einer Straßenbahn um sich geschossen und dabei drei Menschen getötet und fünf weitere Menschen verletzt. Er konnte zunächst entkommen. Der Angriff hat einen massiven Polizeieinsatz in Utrecht ausgelöst. Untertitelung des ZDF, 2020